Herzlich Willkommen zu diesem neuen Info-Video von Entwicklerpages zur Unity 3D-Engine. Wir haben jetzt in der letzten Folge die Unity-Gui abgeschlossen und ich denke, das reicht auch für das erste. Ich denke, damit lassen sich schon einige nette Guis erzeugen. Praktische Beispiele müssen wir dann nochmal demnächst machen. Ich schiebe jetzt hier erstmal ein kleines Info-Video ein. Dazu öffne ich erstmal Unity. Ich habe das ja bereits in meiner Neujahrsansprache alles erwähnt. Ich muss unglaublich viel im Vorhinein aufzeichnen. Ich weiß nicht, dieses Video wird wahrscheinlich sogar erst in zwei Wochen rauskommen. Das muss ich halt machen, weil sonst habe ich einfach keine Zeit. Und so kommt es auch, dass ich beim letzten Video eine ziemlich veraltete Unity-Version habe. Das habe ich jetzt gerade aufgefrischt. Also jetzt habe ich gerade die aktuellste oder beinahe aktuellste. Und ja, da möchte ich auch gleich noch was dazu sagen. Im Moment ist gerade die aktuellste Version Unity 4.3.2. Aber ich habe hier nur Version 4.3.1. So, das hat einen Grund. Das ist eigentlich hauptsächlich nur für Mac-User interessant, beziehungsweise für Leute, die für Mac exportieren wollen. In der Version 4.3.2 wurde nämlich nur eine einzige Änderung gemacht. Und zwar wurde der Support für Webcams auf Mac OS X eingestellt, vorher erst. Also, das hat den Grund, dass bei Apple jetzt Mac OS X 10.9 herausgekommen ist. Und dabei wurde die Quicktime-Bibliothek als deparaced, also als veraltet markiert. Und wenn man etwas in den Mac App Store stellen möchte, darf man keine veralteten Bibliotheken verwenden. Das heißt, jemand, der jetzt die alten Quicktime-Bibliotheken nutzen möchte, um die Webcam anzusprechen, kommt nicht mehr in den Mac App Store rein. Das ist natürlich auch kein großes Problem. Welches Spiel benutzt überhaupt den Webcam-Support? Das sind nicht viele. Das Problem besteht daran, dass Unity ein fester Player ist. Das heißt, er enthält alle Verweise zu den Bibliotheken schon im Vorhinein, weil der Player nicht wissen kann, was benutzt wird und was nicht. Insofern ist jedes Spiel, das mit Unity exportiert wird, auf Mac OS X, enthält auch diese Verweise auf die Bibliothek und sind damit benutzt eine veraltete Bibliothek. Und darum muss der Support eingestellt werden. Da sonst zu Weihnachtszeit keiner Unity-Spiele in den Mac App Store stellen könnte. Das wird demnächst mit dem neuen AV Foundation wieder eingesetzt werden, aber solange das nicht der Fall ist, gibt es auf Mac OS X halt keinen Support. Und darum habe ich hier noch die alte Version. Ich denke, für die Windows-Nutzer wird das ziemlich uninteressant sein, aber ich denke, auf Macs wollte ich das mal erwähnen. Gut, das andere, es gibt jetzt die Version 4.3.2 oder überhaupt 4.3. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und da gibt es einige neue Änderungen. Das geht, also eigentlich ist es ein 3D-Bereich, was gar nichts verändert. Ich glaube, ja, ich finde ein bisschen das Menü bei Project Settings und dann bei Player ist ein bisschen buggyer geworden. Ich meine, wenn ich ein bisschen anklicke, dann springen die Sachen ein bisschen merkwürdig teilweise. Aber ich glaube, der Bug wurde auch behoben mit dem Icon, das dann nicht richtig übernommen wurde. Aber ansonsten hat sich jetzt nicht viel getan im 3D-Bereich. Was sich tatsächlich absolut verändert hat, ist der 2D-Bereich. Wenn man in Unity früher ein 2D-Spiel machen wollte, muss man dasselbe alles regeln. Das heißt, man hat sich an Mesherstellen mit den entsprechenden Grafiken aufgetan, musste sich ein eigenes 2D-System basteln oder man kaufte sich eins aus dem Asset Store. Jetzt hat Unity einen eigenen Support für 2D-Sachen. Das sehen wir schon, wenn wir hier oben die Leistung angucken, da hat sich auch einiges verändert. Den kann ich mal schließen. Wir haben jetzt hier im Bereich 2D. Wenn ich da aufklicke, wird alles auf einer einzigen Achse reduziert. So, genau. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade die Größenneuerung. Bei der Kamera würde man wahrscheinlich nicht mehr auf Ortho-Grafik stellen, könnte man machen. Dann wird das alles auch nochmal mehr, ich sag mal, zweidimensional angezeigt. Aber das reicht natürlich nicht, auch mal 2D-Spiel zu machen. Für 2D-Spiele braucht man natürlich auch 2D-Grafiken. Und das sind die sogenannten Sprites. Die können wir jetzt ganz einfach erstellen. Wenn wir hier in der Hierarchie gucken... Ach genau, in der Hierarchie kann man jetzt kein Rechts-Sigma machen. Das heißt, man muss auf Create gehen. Oder man geht oben auf GameObject und dann Create. Wenn wir einen Sprite machen wollen, dann gehen wir hier einfach rein und suchen uns Sprite raus. Dann haben wir jetzt hier einen New Sprite. Da können wir Farbe, Material anstellen. Ja, das war's eigentlich. Und wir können einen Sprite zuweisen. Das Problem ist, wir haben hier keine drin. Das heißt, man könnte jetzt davon ausgehen, dass wir einen Projektordner, einen Projekt-Zab, rechtsklicken und dann Sprite machen können. Create Sprite. Gibt es aber nicht. Der Grund liegt daran, dass ein Sprite hier nichts anderes ist als eine 2D-Textur, die ein bisschen, ich sag mal, aufbereitet wurde. Deswegen müssen wir uns einfach nur eine 2D-Textur aussuchen. Ich habe hier schon eine vorgebastelt. Im Preview sieht das jetzt leider ein bisschen merkwürdig aus. Das sind eigentlich nur Pfeile. Jetzt müssen wir den Texture-Type ändern. Hier oben auf Sprite. Das ist neu, das gab es vorher nicht. Und jetzt haben wir nämlich einen ersten Sprite gemacht. Jetzt müssen wir hier noch rausfinden, ob der Sprite-Modus Single oder Multiple ist. Ich lasse es jetzt erstmal auf Single. Ich erkläre gleich, was der Unterschied ist. Die meisten Sachen sind nicht wirklich interessant. Pixels zu Units. Das ist halt die Umrechnungsgröße. Und Pivot sagt fest, wo sozusagen der Startpunkt, der Anfasspunkt vom Sprite ist. Center heißt, es ist komplett mittig. Wir können jetzt zum Beispiel sagen Top-Left, dann ist es oben links. Halt sozusagen der Anfasser. Oder der Nullpunkt, der Rotierungspunkt. So, am Ende können wir jetzt noch den Filter-Modus, den gibt es hier überholt. Der sagt, ob das Ganze ein bisschen abgeflacht werden soll. Das heißt, ob das, wie soll man sagen, unscharf gemacht werden soll. Das heißt, scharf Pixelkanten weggewischt werden sollen. Und ich habe hier jetzt allerdings gerade eine sehr kleine Auflösung. Das nehme ich über Point. Das heißt, hier wird nichts umgerechnet. Jetzt klicke ich auf Apply. Und wir sehen auch, die Grafik hat sich leicht geändert. Wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Schieberregler im Projektbereich. Und in New Sprite können wir das jetzt auch noch zuweisen. Und haben jetzt eine zweidimensionale Grafik dran. Die können wir jetzt theoretisch für ein Spiel benutzen. So ein Sprite. Ja, das ist mal Sprite-Renderer gibt es jetzt Komponente. Und dann gibt es hier noch, wenn wir reingucken, gibt es noch einen komplett neuen Bereich. Und der nennt sich PhysX 2D. PhysX enthält ja, wie wir wissen, die ganzen physikalischen Objekte, die wir brauchen. Um halt 3D-Objekte entweder mit der Physik interagierbar zu machen. Oder damit sie sogar selbst, also z.T. Gravitation achten. Das sind ja die Richard Bodies. Das klappt im 2D-Bereich nicht wirklich. Ich meine, wenn ich das jetzt so mache, mal ein... Synview ansehe. Jetzt brauchen wir ein bisschen lange, weil ich gerade Unity gestartet habe. Da sehen wir, das fällt da einfach gerade weg. Na, mal sehen, wo ist das? Das fällt einfach nur runter. Und das hat nicht wirklich eine Masse, sag ich mal. Aber es achtet zumindest auf die Gravitation. Trotzdem ist es nicht das, was wir wollen. Und darum gehe ich nochmal kurz nach oben. Insofern ein Widget Body brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen hier PhysX 2D. Da haben wir jetzt auch ein Widget Body 2D. Das ist schon eher das, was wir brauchen. Trotzdem brauchen wir noch einen Collider. Und da ist auch der größte Unterschied. Hier brauchen wir z.B. einen 2D-Collider. Es gibt hier Zirkel, also Kreise. Box-Collider. Edge-Collider sind für solche Flächen, damit wir halt so eine Art Lauffläche haben. Polygon- und Polygon-Collider. Polygon-Collider versuchen so, ich sag mal, alle möglichen Formen nachzuahmen. Und sind damit sozusagen als Objekte, die nicht wirklich definierbar sind, gedacht. Und jetzt haben wir hier noch Collider-Info. Das ist sozusagen der Collider, weil man jetzt nicht weiß, wie man das am besten machen soll. Ansonsten haben wir jetzt halt, ich glaube in diesem Fall wäre der Box-Collider-Grund eingebracht. Jetzt hätten wir hier so eine Art Box rumgelegt. Und das ist die Kollisionskante. Wie wir es auch von den 3D-Bereich kennen, können wir jetzt physikalisches Material hinzufügen. Habe ich jetzt hier nicht. Aber es ist hier noch mit dem Flumi da. Jetzt gibt es hier noch PhysX 2D-Materialien. Das nenne ich jetzt mal Flumi 2D. Da können wir jetzt hier eine Reibung und eine Federung angeben. Das kennen wir ja alles bereits aus dem 3D-Bereich. Es sind ein paar wenige Einstellungen, weil es halt nur zweidimensional ist. Aber letztendlich das gleiche Prinzip. Und damit hätten wir schon ein fertiges 2D-Objekt. Wir können übrigens trotzdem noch 3D benutzen. Das heißt, 2D schließt 3D nicht aus. Wir können beides gemeinsam verwenden. Das ist ja auch das Tolle, weil Unity eigentlich eine 3D-Engine ist. Aber das spielt keine Rolle. Wir können ja beides gemeinsam verwenden. Wir werden jetzt übrigens kein, ich sag mal jetzt, gigantisches Tutorial machen zu 2D. Vielleicht wird das irgendwann mal kommen, aber jetzt nicht. Ich dachte, ich zeige dir einfach mal so die Änderungen. Wir können jetzt noch zusätzlich diesen Multiplier-Modus angucken. Das ist bei Sprite-Modus. Und jetzt gehe ich auf Multiplier. Und jetzt gibt es einen Sprite-Editor. Wenn wir uns den mal angucken, normalerweise ist das, glaube ich, nicht so. Das war jetzt nur, weil ich hier schon vorher getestet habe. Wir können das slicen. Das heißt, hier haben wir ganz viele Stücke. Und hier müssen wir jetzt in einzelnen, ich sag mal, Untergrafiken unterteilen. Also unterschiedliche Animationsphasen. Da gibt es einmal den Modus Automatic und Grid. Wenn ich hier Automatic nehme, erkennt er es nicht so exakt. Er erkennt es zum Beispiel diese Form nicht an. Der dient halt dazu, unterschiedliche Formen an großen Gitter zu finden. Der weitaus bessere Modus, der müsst ihr euch schon vorher beim Machen der Textur geplant haben, ist der Grid-Modus. Hierbei wird das Ganze einfach nur in ein großes Gitter eingeteilt. Bei mir sind die Kästen jeweils 32x32 groß. Und deswegen kann ich das jetzt so machen. Und Pilot gebe ich Center an. Und dann Slice. Und jetzt habe ich hier ganz viele kleine Boxen. Ja. Und das sind unterschiedliche Animationsphasen. Ich habe hier unten jetzt allerdings auch eine leere Box. Die brauche ich nicht mehr. Darum drücke ich hier mal... Na. Entferne. Zumindest Command entfernen. Also die kann ich jetzt hier löschen. Ansonsten, das sind halt meine ganzen Animationsphasen. Das animieren zeige ich jetzt nicht. Das ist nämlich genau das gleiche wie im 3D-Modus. Das haben wir noch nicht gemacht, das weiß ich. Aber das werden wir irgendwann mal in Zukunft machen. Das ist genau das gleiche eigentlich. Jetzt sehen wir hier, hier haben wir ganz viele Animationsphasen. Und das war jetzt auch eigentlich so die Hauptänderung 2D-Bereich. Was es auch noch gibt, das ist hier bei den Sprites der sogenannte Layer. Sorting Layer. Und hier, ja, Layer kennen wir bereits, wenn wir mal bei Edit gehen, dann bei Project Settings, und dann bei Texts and Layers. Da gibt es ja bereits den gewöhnlichen Layer. Die kennen wir ja bereits, wir haben es noch nicht richtig angeguckt, aber die brauchen wir bis jetzt auch nie. Und jetzt gibt es noch etwas Neues, und zwar Sorting Layers. Das ist ausschließlich für den 2D-Bereich. Wir haben hier Layer 0 Default. Wir können jetzt neue Layer stellen, zum Beispiel BG für Background. Die würden wir nach oben ziehen. Dann gibt es noch hier den Vordergrund, FG, und dann vielleicht noch Player oder so, oder Objects. Nur so können wir die 2D-Sachen alle sortieren, damit sie in einer entsprechenden Reihenfolge alle auftreten. So, lösche ich mal wieder die ganzen Sachen. Also das ist der Sorting Layer. Der liegt halt dafür, dass man unterschiedliche Ebenen hat und sich die Sachen dann überlappen. So, das war es auch eigentlich zum 2D-Bereich. Wir haben jetzt noch eine andere Neue, und zwar hatten wir früher mal hier bei Effects also ein anderes Symbol, mit dem konnten wir dann eine Skybox einblenden. Das geht immer noch. Effekt ist jetzt nur eine, ich sag mal, Verbesserung. Davon früher handelt es war es nämlich so gewesen, wenn wir das angeklickt haben, wurde alles aktiviert. Das heißt, ich habe jetzt hier keine Skybox in dieser Szene drin, aber normalerweise, ihr wisst schon, was ich meine, würde jetzt hier die Skybox und der Nebel und all so eine andere Kram angezeigt werden. Das ist zwar ganz nett, das ist auch ziemlich nützlich, gerade die Skybox, aber nicht immer möchte man zum Beispiel den Nebel haben. Und dafür ist dieser Pfeil nach unten jetzt da. Wenn ich hier raufklicke, habe ich nämlich die Möglichkeit, Skyboxes, Fog, Flares und Animated Layers einzeln auszuwählen. Das heißt, ich muss nicht mal gleich alles anhaben, ich kann auch einzelne Sachen an- oder ausschalten. Das ist sozusagen hier die Änderung, da muss ich nicht immer alles ein- oder alles aushaben, jetzt kann ich auch selber auswählen, ich möchte nicht immer die Skybox sehen und ich möchte nicht immer den Nebel haben. Und ja, ach ja, jetzt habe ich es ganz vergessen, oh mein Gott, es gibt noch eine andere wichtige Erinnerung. Das wechsel ich mal kurz im Bildschirm. Wir haben hier Monodevelop, so wie wir es kennen und so wie wir es eigentlich immer gehabt haben. Nun hat sich allerdings auf Seiten Monodevelopes was geändert und zwar ist Monodevelop eigentlich gar nicht mal Monodevelop und deswegen gibt es da einen anderen Editor und der sieht so aus. Das ist der standardmäßig mitgelieferte. Ich bin der Meinung und in Wirklichkeit ist das Summarine. Wenn wir mal gucken unter über Monodevelop Unity sehen wir hier auch Copyright 2011, 2012 Summarine INC und von 2004 bis 2012 war das Monodevelop Contributors. Ich glaube es gab hier wenn ich mich richtig erinnere gab es bei Monodevelop eine Übernahme von der Mono Engine und zum ursprünglichen Erfinder wenn ich mich nicht sogar irre und darum gibt es auch einen komplett neuen Editor und den haben wir jetzt auch in Unity eingebaut. So genau weiß ich das jetzt nicht das war jetzt einfach nur ich bin der Meinung in Wirklichkeit das ist das Summarine aber wir können es trotzdem noch so viel wenden wie Monodevelop. Trotzdem habe ich hier noch die alte Variante von unserem Mono wie gesagt der Unterschied ist nicht wirklich groß wir haben jetzt hier oben unsere Leiste die ist jetzt hier nicht mehr da wir haben hier noch die Auswahl welche Klassen wir alle haben und welche Objekte da unter drin sind Projektmoppenansicht scheint hier gerade nicht zu funktionieren normalerweise tut sie das eigentlich hier links aber das liegt ein bisschen daran dass ich hier so ein zweiter Account habe das funktionieren ein paar Sachen nicht so ganz wie sie sollten weil der Editor sich nicht korrekt öffnen kann ja und jetzt ist es eure Sache soll ich den alten weiter benutzen oder soll ich lieber den neuen benutzen das ist egal letztendlich ist es immer noch ein Editor ich weiß nicht viele Verbesserungen gab es das ist jetzt wie gesagt einfach ein ganz anderes Programm letztendlich mehr oder weniger und darüber lasse ich einfach euch ich werde jetzt in den nächsten Folgen einfach mal den neuen benutzen vorausgesetzt der funktioniert immer korrekt manchmal öffnet er sich nicht korrekt und da habe ich überall diese merkwürdigen Bug den habe ich glaube ich schon mal gezeigt irgendwo aber es hat ja mit den Rechten zu tun weil ich hier einen zweiten Benutzaccount habe ich lasse einfach mal euch entscheiden welchen Editor soll ich in Zukunft nehmen den neueren oder den alten welches Design findet ihr schöner wir können natürlich hier auch andere Styles einstellen das konnte man damals ja auch bei den Einstellungen dann hier bei na wo war es Editor Farbschema genau da kann ich natürlich jetzt auch andere auswählen muss ich jetzt hier jetzt mal okay klicken verdammt na gut jetzt könnt ihr zum Beispiel den hier nehmen oder guckt klickt euch am besten einfach mal selber durch wenn ihr meint dass ich lieber ein anderes Farbschema nehmen sollte schreibt es dann einfach in die Kommentare dieses Videos und guckt bevor ihr schreibt guckt einfach erstmal nach was es dann schon gibt und votet die ab also klingt positiv hoch die ihr schon gehabt wenn ihr selbst dafür seid so kann ich halt später gucken was ihr wollt und kann das entsprechende dann nehmen ich lasse es hier erstmal auf Standard und ja das war es auch tatsächlich gewesen entscheidet euch welchen ihr haben wollt ansonsten nehme ich erstmal den neuen mit der Standardansicht und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder Tschüss